Warum heißt Ostern Ostern? Das klingt jetzt nach einer leichten Frage. Ja, haben Sie gedacht? Nee, es ist ganz dunkel. Ach was? Es ist ganz dunkel. Was wir wissen ist, das ist eine Mehrzahl, ein Plural. Ostern, also die Ostern, so wie die Weihnachten oder Pfingsten, auch eine Mehrzahl. Ein Erstarrter, Plural. Und ein seltsames Wort, es kommt von dem altgermanischen Osterruhen. So viel ist klar, nur was das bedeutet. Und wo das herkommt, wissen wir nicht. Die Hypothesen, also Vermutungen sagen, ein altgermanisches Frühlingsfest vielleicht oder eine altgermanische Göttin, das ist die eine Partei, die andere sagt nein, kommt vom christlichen Brauch, die Neugetauften in weißen Gewändern an diesen Tagen zu taufen. Und dann sehr kompliziert hat sich dieses Wort entwickelt. Kann sein. Es bleibt völlig offen. Das ist ein ganzes Wettbewerb. Das ist ein ganzes Wettbewerb. Das ist ein ganzes Wettbewerb. Untertitelung des ZDF, 2020